Na, Lust auf Winterurlaub? Ohe Berge. So hab ich mir den Himmel immer vorgestellt. Go! Sportliche Höchstleistungen. Nette Leute. Und jede Menge Spaß. Auf geht's! Aber wie viel Spaß... Oh nein! ...kannst du vertragen? Wir brauchen den Rekord. Welches Spiel spielst du wirklich? Oh mein Gott! Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Unsere Alternative zum Winterurlaub. Spuren im Eis und mörderische Abfahrt. Am 8. und 9. Februar. In Sat.1.